So, Ende des Drehtages. Ihr habt schon gedacht, jetzt ist endlich mal Feierabend. Aber da werden wir genötigt, wieder so ein Ding hier abzuziehen, weil ein Kollege im Doktorkittel schon wieder eine schöne Aufgabe für uns parat hat. Ich weiß, ich kann mir denken, worum es geht. Da steht ein Trackman, da steht das iPad, da sind die Dinger. Lälle sind da. Longes Drive-Wettbewerb, jeder fünf Schläge mit dem Patak. Okay. Gewinner ist der den längsten Schlag. Ja, das nützt ja alles nichts. Dann sag mal hier, wer fängt denn an? Tee schmeißen. Tee schmeißen. Okay, ich. Du fängst an. Ich wünsche dir kein Glück. Ich nehme die Orangenen. Gut. Welche Putter nimmst du denn? Den? Warte mal, da stand doch unten noch was drauf. Warte mal. Da stand auch noch. Wenn der Putter durchbricht, bist du raus. Du kannst keinen Schlag mehr machen. Okay. Also wenn der Kopf abfliegt, war es das sozusagen. Ach, du wechselst den Putter doch mal. Ist ja nicht zu fassen. So, machen wir denn jetzt. Na, abwechselnd? Abwechselnd. Okay. Viel Glück. Schönes Spiel. Wir sind hier übrigens an noch. Was ist denn das hier? 16. 16 Aphrodite Hills auf Zypern. Schönes Bergab. Par 4 ins Meer rein. Na dann mal los. Okay, für den ersten 118. Aber kurz. Luftschlag 20 Liegestütten. Weißt du was? Der war zu flach, dein Mann. Ja, ja, dann mach du mal. Komm. Oh, den habe ich unterschlagen. Der ist übrigens sehr hoch. Total, ich hatte 117,9. 111. Also ich nicht vorne. Aber jetzt lege ich mal einen vor. Ah, scheiße. Der ist richtig gut. Der ist richtig gut. 170,8. 170,8. Liegt es daran, dass du ein Plastik-Tee genommen hast oder was? Ja, genau daran lade es. 170,8. Komm jetzt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Greenkeeper nicht abschieße da hinten. Nee, warte mal, bis der weg ist. Da kann ich nicht machen. Das ist, jetzt ist er weg. Wie viel? 170? 170,8. Schon wieder unterschlagen. Und wieder ein Sprich auf der Liste, der ist weg. Und? 164. Der war aus der Richtung. Der war... Also das Ding ist noch nicht verloren. Vielleicht wechsle ich den Putter auch einfach mal. Du machst natürlich auch mehr Masse in deinem Putter, der ist ja viel schwerer. Ja, ja, ja. Bisschen dünn. Aber der war davor besser. Und? 132. 132. Hier, ein Tee kannst du behalten. Möchtest du nicht nehmen? Okay, auf geht's. Kammer. Ja, wieder unterschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss den Klara auftiefen. Ja, ja. 117 übrigens. Ist doch gut getroffen, ne? Ja, super getroffen. So, vorletzter Schlag. Vorletzter Schlag. Ja, auf Ende ist es... Dann werden wir sehen, was passiert. Oh, ist der gut. Der ist richtig gut. Ich sag, der ist 200. Der ist richtig gut. Der ist über 200. Pass mal auf. 190. 100. Okay, ich hab auch noch zwei. Komm jetzt, Junge. Ne, der reicht nicht. Ah, der ist nicht. War der Beste bisher von dir. Ja. Aber... 173. Überleg mal. Ja, ja, ja. Dann kommst du mit Werfen nicht hin. Man, Mensch. So, letzter Ball. Was war sein höchster? 190? Ja. Nein! Der war nix. Komm jetzt. Der war getoppt. Egal, 190. Ist so safe. 58 war der. So, komm jetzt. Ja, der reicht aber nicht. Der war super, ne? Der war nicht schlecht. 176. Eindeutig. Hast du mal am Fight Club gewonnen? Ja, hab ich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sudden times. Bes certification. Wenn die Uhr große schw arrayOOOOOOOOO im sieht, Und schon seit. Look at fertig. Aus 어richten hieraus. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020